Marmite, hast du meinen Pony gesehen? Ja. Ich hasse es! Marmite, warum mag dich niemand? Oh, ja. Hey, wie war nochmal der Weg zu dir? Oh, okay, danke. Steve, ich befordere sie. Marmite. Ja, und jetzt sind sie gefeuert. Schatz, ich bin zu Hause. Marmite, was tust du da? Ich schlafe mit deiner Frau, John. Äh, ja. Das tust du.